Fucking... Nein! 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 Ich muss gleich noch irgendwelche Comics lesen, damit ich gut schlafen kann. Ich will nicht mehr. Ja. Ihr habt es gewollt. Ich spiele weiter. Es gibt einen individuell, den wir als eine Person von Interesse betrachten. Er hat eine interessante Geschichte mit der Familie Washington. Er hat sie verabschiedet, um ihre Projekte in Blackwood-Pines zu verabschieden, und zu sagen, dass die Lande für seine Vorfathers war. S. I. S. T. Sister? Frage, wer ist es? Josh, es muss es sein. Welche Sister ist es da? Run! Oh mein Gott. Hm. Das haben wir doch schon gesehen. Vielleicht starrt er das nicht... Da... Wo ich aufgehört habe? Hey. Okay. Okay. Wo finde ich jetzt? Wo muss ich denn weg? Ja, wohin denn? Wo denn? Wo ist sie denn? Danger, danger. Okay. Da. Ah, hier ist so viel. Elevator. Wo sind wir denn? Wie viel Zeit bleibt uns denn? Ah, es ist hier. Nee, wir müssen hier lang... Ach, ist ja furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Okay. Quick time events. Here we come. Dass sie jetzt so langsam launcht. Hallo? Wo denn? Hm. Oh, da ist was. Okay. Oh ja. Das müssen wir uns angucken. Hopp. Drehung. Oh, was ist denn das? Ein Hündchen? Ein Hundi? Ich will den Hundi. Kann er uns helfen? Oh Gott. Oh Gott. Kann er auch schneller laufen? Mach hin, der Mann. Waffe, Waffe. Schaufel? Ich hab ja ne Waffe. Oh Gott. Kann es vergessen. Oh nein! Oh mein Gott! Gott, Gott. Sind wir denn hier? Wie ist hier denn? Äh, ich hab Angst, dass irgendwas an die Ecke kommt. Achso. Ich denk, ich stehe hier so rum. Was ist hier denn hin? Wer hat sie da genommen? Was war denn das? Ah, Jessica. Sie lebt. Ne? Lebt sie noch? Ja, sie lebt noch. Oh, was ist passiert? Ah, äh. Was? Hab ich falsch... Hab ich sie erwischt? Hey. Hey. Moment, hey. Minen. Warum sind wir in den Minen? Oh Gott. Okay. Quick, quick, quick. Wir schaffen das. Yes. 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 Nein. Yes. Dammit. Oh Gott. Also nochmal. Reis. Das. 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 Oh Gott. Oh Gott. Come on. Come on. Come to Papa. Yes. Ich kann nicht. Nein. Dann kann ich. Dann kann ich. Nein. Ähm. Ja. Dann müssen wir wohl... Dann werden wir es nicht schaffen, den langsam weg gehen. Mann ey. Ich verliere zu viel Zeit. Vor allem, wo ist das jetzt der sichere? Habe ich da mehr Zeit für oder was? Ich muss ihn jetzt erwischen. Hey, hey, hey. Du Blödsack. Ich warte mal gleich. Ah, verdammt. Come on. Come on. You piece of shit. No, no, no... Shit. Na super. Na großartig Ja, und jetzt? Achso Alter, was passiert? Wo sind wir denn hier? Wo muss ich lang gehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist so gruselig. Ein Traum, dieses Spiel. Ja. Achso. Nimm es. Geile Mucke auch. Okay, es ist arschkalt und wir haben unser T-Shirt nur an. Wir werden es erkennen. Es wird schlimmer als ein Männer-Schnupfen. Mann, 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 Mann. Wo sind wir denn? Wo ist denn unsere Freundin? Ja. Die Frage des Jahrhunderts. Ach, shit. Toll. Oh, nein. Oh, nein. Ashley? Hm. Na, super. Okay, okay. 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 Also, was ist passiert? Wir wurden angegriffen. Und da ist was. Äh, das ist. Na gut. Na gut. Na gut, überhaupt. Ja. Ja, was ist denn nun? Wer war der Typ? Definitiv ist nicht nur dieser Typ da. Was hat denn... So, irgendwas hat auf alle Fälle Jessica. Geschnappt und was auch immer das für ein, äh, Ding ist, was, äh, wo wo da jetzt Michael entlang ist? Ach, in der Küche, okay. Okay. Und wir wurden niedergeschlagen von so einem Typen. Und der hat jetzt Ashley entführt. What the fuck? No. 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 Kann ich nicht noch... Alter, alter. Nee, hier ist auch nix. Die Musik. Hm, okay. Hm. Ich versuche irgendwie alles abzugrasen, in der Hoffnung... Was zu finden... Was zu finden... Ja, okay. Was zu finden... Okay, Blut. Wie schön. Oh, shit. No. Hm. Warum? Kann ich das nochmal angucken? Hm. Hm. Warum kann ich das nochmal angucken? Hm. 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 Ach, Scheiße. Nach draußen gegangen? Es! Ja. Natürlich. Warum sollte man auch nicht rausgehen? Hm. Entscheidungen? Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich bei diesen Spielen hab. Ach so, ich darf hier nicht das kennen. Was soll der Scheiße? Was... Wie groß ist eigentlich dieses Haus? Ja, ich will noch Waffen. Ach, dieses Spiel funktioniert doch nicht danach. Ja, wo ist sie denn? Was ist der Typ? Seid ihr alle? Ashley? Hallo? Mann, ey. Wirklich? Es geht glaube ich nach links, weil hier die Spuren nach links zeigen. Ja. Aber ich kann auch nach rechts gehen. Oh, die Entscheidungen. Ja. Ist das hier richtig? Und die Musik wird auf alle Fälle lauter. Okay, ich geh nochmal zurück. Oh. Wasser fallen. Oh. Dunkelheit. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Mal sind hier überall Spuren. Ich geh nochmal zurück. Oh. Ich geh nochmal zurück. Ich geh nochmal zurück. in zwei Richtungen gehen. Und am besten wahrscheinlich nicht dem... dem... der Spur hier folgen. doch. Ich geh mal zurück. Schau. Ich geh mal zurück. Na großartig. Bin ich wohl auf dem richtigen Pfad. Was ist das hier? Hm, die Schweineköppe. Oh, ein Totem. Oh, ein Totem. Oh, dreh's um. Schwarz. Das gefällt mir aber gar nicht. Ach so, guck mal, ich musste sogar hier lang gehen. Voll die Verarsche. Dann hätte ich das Totem nicht gefunden. Seht ihr? Immer den Spuren folgen. Hm. Also. Ich... Oh, nee. Nochmal. Was ist eine Taschen... Jemand mit Taschenlampe. Und es ist ein... Keine Ahnung. Ich habe eine Taschenlampe. Aber habe ich auch diese Schuhe? Hose an. Ich muss gleich noch irgendwelche Comics lesen, damit ich gut schlafen kann. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich werde nie mit meinen Freunden irgendwo im Wald Party machen. In einer Hütte. Wenn es schneit. Niemals. Es wird jetzt nur noch am Strand gefeiert. Oh. Ashley? Ashley? Oh, Mann, oh, Mann. Guck mal, überhaupt jemand überlebt mit mir. Ich glaube, ich habe schon einige Patzer an mir geleistet. Oh, nein. Ich möchte das nicht. Ashley, Ashley, ich höre sie doch. Ich habe, ich hole dich. Oh, wo sind wir denn hier? Wo ist denn das hier? Oh, Gott. Oh, Gott. Ähm, was zur Hölle? Was? 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 Was ist das? Hey, das ist ja hier. Was ist das? Der Hör auf ihm. Bitte was? Bitte was? 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 Ich muss dafür wirklich entscheiden. Äh, wie viel Zeit habe ich denn? Oh Gott. Ich kann wirklich dann nur entscheiden? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber... Was für ein krankes Spiel. Wie heißt denn jetzt der Film? Ähm... Mir fällt der Name des Films nicht an. Wo man auch diese Spiele spielen muss. Mit dem Riddler. Hm... Fällt mir nicht ein. Wie heißt denn das? Oh, alle anderen Teile scheiße sind außer dem ersten Teil. Das wird mich jetzt die ganze Zeit verfolgen. Okay. Ähm... Ich habe entscheidend Zeit darüber nachzudenken. Aber... Ich will ja nicht. Wie kann ich denn beide retten? Ich dachte, man kann ja im Spiel alle retten. Was hätte ich... Es tut mir leid. Äh, hab ich so leid, aber... Irgendjemand muss ja sterben. Ich kann mich aufhalten, aufhalten. Oh! Stop! Dad! Dad! No, 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 Dad, don't, don't look, Ashley, don't look. Why can't I look? Chris Lee, tell me he's okay, please. Oh. I'm coming, Ash. I'm gonna get you, I'm letting you down. Shh, stop, please. Come on, come on, let's get you down. Come on, we're gonna get you out of here. But... But, but, but... I hate the game. I hate it. What is that? I mean, Josh... He's not... The cool guy, but... Fucking... No! Oh, man. And... I'm gonna get you together. What? Who's blood is that, Ash? Are you okay? Josh? Josh, what? He said... No, I'm right in front of us, man. What are you talking about? There's a maniac. Maniac? Oh my god, we gotta get out of here. I don't understand what happened. There's a maniac. And he was... There was a sign. It was either him or Ash, and I... I don't know what I'm doing. Come right through, man. Spill it out fucking everywhere. What? Oh my god, Chris! What? And I've... I killed him! What Chris? I killed him! It was my fault, Matt! No, no. This is insane. We need to go get some help. I got right in half. We're gonna figure this out. I don't know. Matt, we need to go get help now. I don't know. 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 We should look for the others. Mike and Jess are off 69ing each other, and who knows where Sam is. I think she's in the lodge. Fine. Fine. You're right. Get everyone else together. But if there's a maniac running around, I think we need to get some help too, right? Not just wake around? Schlau. Hört auf die Frau. But what about... Why are we still talking about this? Let's go! Ähm... Gibt's denn kein Telefon? Handy? 9-11? Oh god. Haha. Ich will nicht mehr. Oh nein. Oh god. Na toll. Einer ist schon tot. Hallo, blödmann. Ich muss was trinken. Huch. Bin ich ein kleines Kind? Nein. Absolut nicht. Äh... Ich will das gar nicht. Ja, was willst du von mir, Mann? Ja. Ja, das stimmt. Ich glaub, das ist in unserem Kopf. Das ist alles in unserem Kopf. Wir sind auf alle Fälle der Mörder in... Aber warum? Warum? Hä? Neeee! Ne! Das kann ich mit- einem klaren Nein beantworten. Ne. Nein. Das kann ich mit einem klaren Nein beantworten. Anscheinend nicht. Du, ich weiß nicht, ob du mir wirklich hier bist. Was? Was? Wie lange ist die eigentlich am Baden? 20 Stunden? Wahrscheinlich schon ertrunken. Es ist doch leid. Ja. Scheiße. Es ist eine Person, die wir als eine Person von Interest considerieren. Aber seine Anerkennung ist aktuell nicht bekannt. Es gibt noch den alten Sanatorium auf dem Mount. Oh. Not at all. Not at all. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Oh, da ist der Hundi. Besser Typ. Oh, noch mehr Hundis. Oh, Wölfe. Ist recht. Ist recht. Ist recht.